Gute Nacht. Oder sagen wir besser, leben Sie wohl. Ist das alles? Nein, um ehrlich zu sein, da wär noch was. Ich, äh, ich wollte euch nur sagen, dass ich, dass ich ein... Ich, äh, ich bin hergekommen, um für die anderen einzutreten. Unser ganzes Leben lang sind wir ausgelacht worden. Jeder hat uns verhöhnt und fertig gemacht. Das reichte einigen Leuten nicht. Wieso? Weil wir klüger sind? Weil wir anders aussehen? Anders denken? Ich weiß wieso. Ich weiß, warum sie uns hassen. Weil wir... Ringoes sind. Ehrlich gesagt, ich bin stolz, einer zu sein. Heute Abend sind wir hier in der Mehrzahl. Eine Menge ehemaliger... Ringoes sind heute hier. Sich bestimmt daran erinnern, wie man sie beschimpft hat. Man hat sie als Spastiker verhöhnt. Und als Knallschote. Oder als Gehirnamputierte. Wenn einer von euch jemals das Gefühl hatte, dass man ihn geschnitten hat. Oder verhöhnt. Oder gepiesert. Oder gedemütigt. Also wäre ein richtiger Ding. Es soll herkommen und sich uns anschließen. Klar? Hab keine Angst. Na, habt ihr das gehört? Jetzt überlegt gut. Was wollt ihr? Wollt ihr mich hier sitzen und schrappieren lassen? Oder wollt ihr den Achtärsch da unten als auf die Nuss hauen? Denkt gut nach, Oprez. Ich glaube, was mich zu diesen Menschen zieht, ist, dass sie sich trotz der Aggression in ihrer brutalsten Form auf einen Zustand vergnügter und verrückter Fröhlichkeit zurückentwickelt haben. Und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020